Musik Hallo, ich bin Malte Oppermann und ich arbeite im Wahlkampf Dean für Münster. Wir sind hier heute in Oberhausen bei der Wahlkampfwerkstatt der NRW SPD. Wir hören hier heute viel, wie wir den Bürger und die Bürgerinnen gut erreichen können im Wahlkampf, mit welchen Methoden wir sie ansprechen können, zum Beispiel Social Media Wahlkampf oder Hausbesuch. Musik